Jo, dann nochmal Hi, danke, dass du hier unser erster Gast bist bei Star at K, erfordert natürlich auch Mut, sich hier mit mir in ein Auto zu setzen. Bist du ein guter Beifahrer an sich, würdest du sagen? Ja, besserer Beifahrer als Fahrer, glaube ich. Echt? Ja. Dann sind wir die gute Kombo, weil ich bin ein schrecklicher Beifahrer. Okay. Aber ich sage immer, also das ist natürlich selbst ernannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, dass ich wirklich einer der besten Autofahrer Europas bin. Echt? Ja. Doch, der steht da, du musst an ihm vorbei. Das einzige, was mir fehlt zum perfekten Autofahrer, ist der Orientierungssinn. Aber du bist ja aus Hamburg, das heißt, du kannst mich, wenn ich jetzt hier ein bisschen Quatsch mache, irgendwie immer korrigieren. Zum Beispiel jetzt, ich bin in zwei Ecken gefahren und ich weiß eigentlich schon... Doch, du musst einfach da geradeaus, dann musst du auf jeden Fall rechts abbiegen. Hier auf der linken Seite, auf der anderen Seite, der Qualitätscup ist einer meiner Arbeitgeber. Ja. Heroes, also ich bin ja Ur-Hamburger, wenn nicht, bin ich, meine ich bin Bürgermeister von Hamburg auch. Okay. Ja, ich kenne alle Hamburg. Straßenbürgermeister? Ja, ja, Straßenbürgermeister. Ich bin ja in Hammhorn aufgewachsen, Billstedt, Fußball gespielt, am Lenkelweg, war vorwärts. Bin irgendwann zu St. Pauli, ist das durch die ganze Stadt gefahren, bis zum Elbgårdstraße, bis zum Omaskampf. Später dann an die Kollaufstraße bei der U23, bei den Profis. Feldstraße auch immer hin und her, also du siehst schon, allein durch den Fußball bin ich in Hamburg sehr präsent gewesen. Ja, apropos Fußball, du hast jetzt ja die ersten zwei, drei Saisonspiele bei Toitonia verpasst. Ich habe dich ja jetzt auch gerade bei der Physio eingesammelt. Ja, genau. An was hakt es denn gerade? Ja, ich habe mir leider kurz zu Ende der Vorbereitung, was immer ärgerlich ist, also ich glaube eine Verletzung ist immer ärgerlich, aber kurz zu Ende der Vorbereitung im Training sage, eine Muskelverletzung zu gut zum Muskelfaserriss, die an einer schwierigen Stelle, an der Oberstenkelvorderseite passiert ist. Und das ist schon drei, vier Wochen her, wahrscheinlich dauert es auch noch mal zwei, drei Wochen. Aber ja, lässt sich nicht ändern. Ich bin jetzt auch kein kleines Kind mehr. Früher war ich dann ein bisschen ungeduldiger. Jetzt natürlich auch, so wenn ich zu den Spielen gehe, sehr schmerzhaft immer, da blutet das Fußballerherz. Aber ja, ich ertrage jetzt mit Geduld. Das ist ein super Umfeld, da habe ich das nicht unterstützt. Ja, ich wollte dich eigentlich jetzt auch am Anfang fragen und alles fit bei dir, aber es ist eigentlich irgendwie eine komische Frage, einen Personal Trainer zu fragen, ob alles fit ist, weil es ist ja irgendwo dein Job. Aber dann frage ich es mal andersrum. Gibt es so Tage, wo du irgendwie aufwachst und denkst dir so, ich fühle mich irgendwie schlecht und ich bin verspannt und so, so geht es mir ungefähr jeden zweiten, dritten Tag so. Hast du so Tage auch? Ja, jein. Also ich bin glaube ich jemand, der sehr, sehr aktiv ist, auch gerade durch meinen Beruf. Also ich lebe und fühle durch den Sport, der gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und durch mein gewisses Know-how, natürlich auch durch Studium und als Beruf, auch als medizinischer Fitnesstrainer, weiß ich das bei mir selber einigermaßen gut einzuschätzen. Deshalb muss ich sagen, ja, jein. Meine Belastung ist schon sehr hoch. Dadurch, dass ich Fußballspiele-Trainer bin und relativ körperlich auch arbeite, aber ich weiß das wiederum auch sehr gut zu kompensieren und auf mich zu achten. Aber es ist schon interessant, weil, also ich meine, wenn du sagst dieses Corporate-Ding, da kommen ja viele Leute, die wahrscheinlich halt viel im Büro halt arbeiten und deswegen viel sitzen. Bei dir ist es ja umgekehrt so, wenn du arbeitest, heißt es ja, du bewegst dich. Ja, komplett. Kann man sagen, wie so ein normaler Arbeitstag bei dir aussieht oder ist das immer total unterschiedlich? Ja, mittlerweile ist schon ein bisschen Routine reingekommen. Ja, ich habe eigentlich einen festen Tagesablauf. Ich stehe morgens relativ früh auf. Immer zwischen 5.30 Uhr und 6.15 Uhr. Ja, genau. Aber es ist ja irgendwann erst bei mir Routine. Ich bin ein absoluter Routinemensch. Ich habe immer meine Abläufe schon immer gehabt, auch beim Fußball. Die rechte Socke zuerst. Ich habe mein Bananenbrot. Ich habe morgens meinen Smoothie, den ich immer mache. Vor dem Spiel gibt es Bananenbrand. Wenn die mir eine Auswärtsfahrt haben, alle gucken mich auch immer ganz schief mit dem Bus an. Aber was gewisse Dinge angeht, habe ich einfach meine Routinen. Ob das jetzt Arbeit ist, ob das jetzt vorm Spiel ist. Meine Mannschaftskameraden kennen das auch, wenn wir im Bus sitzen. Irgendwo letztes Jahr, weiß ich noch, haben wir neue Spieler gehabt. Und jetzt im Bus alle essen Nudeln und ich hole erstmal meine Karottenpackung raus. Ein Kilo irgendwie mit Hummus. Ein Kilo Karotten isst du dann? Ja, aber nicht vorm Spiel, sondern vorm Spiel. Ich habe halt immer einen Smoothie, meistens mit Haferflocken, ein bisschen Proteinpulver, dann Hafer, Mandelnilch und so weiter und so fort. Also ich habe da meine Abläufe und deshalb stehe ich auch gerne an zwei bis vier Tagen in der Woche relativ früh auf. Habe dann bei Urban Heroes meine ersten Kurse um sieben oder um acht. Ich arbeite bei und mit den Urban Heroes. Und dann geht es halt weiter mit PT oder mit den Sachen, die ich im Hamburger Ding habe. Aber abends dann meistens anders im Fußball. Bis so früh zu Hause, essen, schlafen und so. Dann kann man auch wieder früh aufstehen. Dann kann man wieder aufstehen. Ja, ich bin meistens dann zwischen zehn und elf im Bett. Ja, eigentlich will ich ja noch früher starten gehen. Guck mal jetzt zum Beispiel. Ich habe eigentlich gedacht, wir drehen jetzt hier eine schöne Runde um die Binnenalzer, aber das ist ja... Nein, Jungfeldstieg ist jetzt gesperrt für Autofahrer. Das stimmt. Achso, wir haben Grün. Ja, so viel zum besten Autofahrer Europas. Ja, aber es ist auch schwer zu sehen. Sein grüner Fall nach rechts. Danke. Aber wir können eine schöne Runde um die Außenalzer fahren. Ja, das können wir auch machen. Wenn wir dann noch irgendwie am Melanthor vorbeikommen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, Tortonia, du spielst immer noch Fußball. Früher aber hauptberuflich als Fußballer. Ich habe mal so eine ganz narive Frage. Wenn man jetzt so zu einer Behörde geht oder so zum Amt und man muss ein Formular ausfüllen und man trägt ein, was ist mein Job? Was schreibt man dann da? Ist man dann Angestellter oder schreibt man da wirklich Fußballspieler rein? Ja, du bist Angestellter, aber du musst dann als Berufsbezeichnung Profifußballspieler entscheiden. Okay. Das ist schon ulkig, sage ich immer. Wenn man beim Amp ist, dann gucken die auch alle erstmal so ein bisschen. Ja, das wäre jetzt meine Frage. Ob das ein richtiger Beruf ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist halt, die Jungs gehen halt auch arbeiten. Ich glaube, es sind immer viele Sachen, die die Leute halt nach außen hin nicht immer wahrnehmen. Die Intensität, die dahinter steckt, dann sehen viele Menschen nicht. Also jetzt kann man den auch nicht verübeln, aber als Fußballprofi musst du schon viel über dich ergehen lassen. Ja. Wie ist es so im, also jetzt nicht in der Behörde, sondern so im privaten Bereich gewesen, wenn man jetzt irgendwie Leute kennenlernt und man sagt zu dir, oh, was machst du denn wirklich? Und ich so, ja, ich spiele halt Fußball. Wie ist da so die Reaktion? Also ich stelle mir vor, dass es da halt auch Vorurteile gibt. Oft stößt du erstmal auf Begeisterung, gehörst du dann irgendwie, oh, gehalte Fußballer und kennst du den? Dann wird erstmal, ja, kennst du eigentlich den? Und immer so, ey, nur weil ich jetzt bei St. Pauli Fußball spiele, heißt das nicht, dass ich jeden Profifußballer kenne, vor allem nicht in der Bundesliga. Und andererseits merkst du halt schon, dass für viele das einfach kein richtiger Beruf ist. Auch, dass viele denken, dass alle Fußballer dumm sind und nicht zur Schule gehen oder sonst irgendwas. Aber auch beim Alma in Station, ob das jetzt bei St. Pauli war, in Dänemark oder auch in Österreich. Ich habe immer das Gefühl, okay, krass, meine Mannschaft ist sehr, sehr gebildet und das hat mich natürlich auch immer angesprochen, immer über den Fußball hinaus mich weiter zu informieren und weiter auszubilden oder auch darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben nach der Karriere anfangen. Deshalb habe ich ja relativ früh für mich entschieden, dass der Weg für mich hier erstmal so aufhört, obwohl ich noch Lust hatte, eigentlich weiter Fußball zu spielen. Aber man muss halt auch realistisch sein. Wann war da der Moment, wo du zum ersten Mal so wirklich drüber nachgedacht hast, okay, was kommt nach dem Profifußball? Ne, ich habe eigentlich schon immer drüber nachgedacht, aber so richtig das erste Mal damit auseinandergesetzt, was will ich nach meiner Karriere machen, war natürlich dann, als ich mir dann halt Kniescheibe und Schnauble gebrochen habe in Österreich. Da wurde dann ein Arzt gesagt, du fällst jetzt erstmal neun bis zehn Monate aus mit OP. Wie alt warst du dann? Oh, das war 2,15, da war ich 27, 28. Das ist ja eigentlich so mitten praktisch in der Phase seiner Karriere. Genau, das war auch ein Buch meiner Karriere. Ja, genau. War in Österreich, richtig auf dem Aufwind, halbes Jahr Vertrag noch. Es ging nur darum, okay, wo wechselt er hin? Mein damaliger Verein. Und da siehst du aber auch die Schattenseiten des Fußball. Wintervorbereitung, ich glaube, letztes Spiel sogar. Richtig gutes Spiel gemacht gegen St. Gallen, sowas vergisst du halt nicht. So als IV irgendwie noch zwei Kopfballtore gemacht, eins vorbereitet. Ja, und dann springte der Torwart mit dem Streckenbein und so lang. Torwart. Ja, ans Knie, auch noch mit den Fäusten, also Gehirnerschütterung und Knieprobleme. Aber das Akute war sogar erstmal die Gehirnerschütterung, weil damit war ich erstmal vier fünf Tage im Krankenhaus und später kam noch dazu, ey, ich hab Knieschmerzen und so, ne? Ja, und dann, ja, Diagnose dann erstmal, wie gesagt, Kniescheibe und Knappelbruch. Und dann fängt es natürlich an, gerade wenn du im Ausland bist, ja, bin ich kurz nach Hause, dann wird's operiert und dann liegst du erstmal gefühlt drei Monate nur auf dem Bauch. Ja, und dann fängt es nämlich doch mal nachzudenken, so, okay, ey, geht's überhaupt weiter? Ne? Also, die Ärzte haben mir dann auch nicht so viel Hoffnung gegeben, aber ich bin halt auch eine unheimliche Kämpfer Natur. Ich bin hier auf der Straße von Hamburg groß geworden, in vermeintlichem Problem. Viertelchen, sag ich mal, damals war es ein bisschen problematischer als jetzt. Hab mich halt geprägt und bei mir war immer diese Einstellung, if you want it, you need to go and get it. Weißt du, ich musste mir alles immer selber arbeiten und das war auch meine Einstellung während der Verletzung. Ich bin halt auch sensationell wieder zurückgekommen aus der Verletzung. Hab dann da nochmal bei St. Pauli unterschrieben, sag ich mal so, ey, ich wurde dann irgendwann noch fallen gelassen, sag ich mal, wo wir uns schon eigentlich waren. Auch gar keine bösen Worte jetzt im Verein. Ja, aber so sind halt die Fußballmechanismen. Ja, so greifen sie halt. Das war natürlich eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Gerade so, wenn du einen Verein im Herzen hast, weil das ist so, bist du mein Verein. Immer noch? Ja, und dann ist natürlich so ein bisschen Abstand eingekehrt. Ich kenne auch nicht mehr viele Jungs. Bis letztes Jahr war noch einer meiner besten Freunde Robin da auch noch als Spieler. Ja, ist schon ein bisschen Distanz eingekehrt. Ich bin auch nicht mehr so oft im Stadion. Bis vor kurzem natürlich auch alles jetzt ein bisschen mit Corona geschuldet. So war ich noch relativ oft und gerne im Stadion. Natürlich trägt man seinen ersten Profiverein immer irgendwie im Herzen. Einfach viele Persönlichkeiten in dem Verein, also die mich geprägt haben. Auf welcher Rückblick, ob das jetzt ein Timo Schulz ist, der jetzt Trainer ist, ob das ein Charles Taki ist, ein Gerarder Samohan, Morike Sarko. Das wäre ja sehr schwer irgendwie aus dem Herzen zu verdrängen. Du hast es jetzt ja schon angesprochen, wenn man das Geschäft ein bisschen kennt und auch so ein bisschen Abstand vielleicht davon hat. Ist es dann überhaupt noch möglich, so ein richtiger Fußball-Fan auch zu sein? Ja, es ist schwierig. Also als Spieler betrachtet man das Ganze nochmal ein bisschen anders als als Fan. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich finde allgemein, der Fußball ist sehr schwierig geworden. Es ist schwierig, sich verbunden zu fühlen, muss ich sagen. Weil auch als Spieler, was man erlebt, so, dass du auch oft als Spieler das Gefühl hast, dass Vereine, Vereine, ich will jetzt keinen Verein direkt ansprechen, immer eine Verbundenheit fordern zum Verein. Aber du als Spieler auch schnell fallen gelassen wirst. Fußball wird auch viel mit Politik jetzt verbunden, mit gewissen Dingen, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, eine Meinung dazu haben. Da braucht man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, was man sagt, wie man es sagt. Würdest du dir auch zum Beispiel, also so geht es mir als Fan, sage ich jetzt mal, ich würde mir wünschen, dass es Fußballer gibt, die mal ein bisschen mehr Haltung zeigen würden gegenüber gewissen Dingen, die halt im Fußball vor sich gehen, ob das jetzt politisch ist, sagen wir mal Katar und so weiter. Klar, die Kohle ist irgendwie im System drin und dann muss sie auch verteilt werden. Aber wo das Geld halt herkommt, darüber müsste man sich halt mal irgendwie ein paar Gedanken machen. Da würde ich mir irgendwie wünschen, dass es mehr Fußballer gibt, die auch öffentlich mal dazu Stellung nehmen. Ja, definitiv. Guck mal, ich bin ein guter Weifahrer. Ja, wirklich. Ganz entspannt. Ich habe alles im Blick. Vorausschauendes Fahren habe ich immer dabei. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich zum Millern-Tor? Das musst du dir ja gut wissen. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Wir biegen jetzt mal gleich, ich weiß nicht, ob schon hier links ab, fahren dann an der Hallerstraße. Ja, wir können, glaube ich, hier Milchstraße. Wir können hier links abbiegen. Ich bin eigentlich deiner Meinung. Da kommen wir zum Thema. Du musst halt wissen, was für einen Druck auf den Spieler lastet. Es kommt immer noch das Thema an. Du darfst als Spieler ja auch nicht deinen Verein kritisieren. Ja. Und dass sowas vertraglich geregelt ist. Ja, das sind diese ganz vertreten Sachen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel, du spielst bei Bayern und Bayern hat jetzt, sorry, ich muss es den Verein mal nennen und Bayern hat, das ist jetzt ein Thema, das er gerade, ich meine, in den Medien gerade sehr präsent ist und mit Katar. Es ist ja eine gewisse Loyalität von Spieler gefordert gegenüber dem Verein und dem Werten. Das meinst du? Es wird dir eigentlich schon verboten. Doch, der steht da, du musst an ihm vorbei. Ich bin gut, ne? Das ist Hamburg. Deshalb rede ich mich halt auch schnell auf, weil der steht da einfach nur so. Darf da eigentlich nicht stehen, aber mach da einfach. Gut, dass du dabei bist. Jetzt hätte ich jetzt hier wahrscheinlich 20 Minuten gestanden. Ja, genau. Dann hätten wir uns hier vor dem Trends-Biomarkt unterhalten. Ne, also es ist halt sehr, sehr schwierig als Spieler zu äußern. Es herrscht ein unheimlicher Druck auf die Spieler. Ich bin ehrlich, ich hatte auch das ein oder andere Mal, jetzt nicht bei St. Pauli, aber als ich in Dänemark oder Österreich war, mich politisch, ey, du darfst fahren, ey, du hast grünes Feil. Den grünen Feil, das. Und jetzt fang ich schon an, falsches Deutsch zu sprechen, weil ich mich schon wieder... Ja, 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 ja. Da kam gerade die Aggression leicht drauf. Komplett, ja, ich spür's. Ja, du darfst und du musst dich abbiegen, bitte. Ich glaube, jetzt weiß ich ja, wo wir sind. Roter Baum. Roter Baum. Jetzt fahren wir hier links, fahren wir am Schlumpf vorbei. Nein, aber auf jeden Fall hatte ich auch etwas Bedürfnis, mich als Spieler mal öfters mal zu äußern über gewisse Dinge, die in der Welt vorkamen. Ich durfte aber nicht. Gerade so, was politische Sachen angeht, ich meine, du wirst gebrieft. Natürlich ist es auch zum eigenen Schutz. Ist auch einfach, weil... Klar, das ist alles nachvollziehbar. ...weil du in den Medien bist, mit einer gewissen Einstellung etc. Ich glaube schon, dass es viele Spieler gibt, die sich sehr, sehr gerne aus sein möchten. Deshalb ist es ein schmaler Grad zwischen ich darf nicht und ich sollte nicht. Eigentlich machst du das Spiel natürlich auch Gedanken, inwieweit betrifft das dann deine Familie? Inwieweit wirst du vielleicht abgemacht? Inwieweit bist du dann im Stadion vielleicht dafür angegangen? Ne, man darf ja nicht vergessen, als Spieler bist du auf einmal in der öffentlichen Darstellung und dann bekommst du, sag mal jetzt gerade in der Zeit von Instagram, bekommst du auf einmal Todesnachrichtenbedrohung, weil du eine Sache beäuterst und dann wird es dir wahrscheinlich noch im Munde überdreht. Oder der hat das so verstanden, der hat das so verstanden und auf einmal hast du tausend Instagram, Facebook, Nachrichten, Briefpost, alles Mögliche und kannst es als Spieler gar nicht einordnen. Deshalb ist es halt sehr, sehr schwierig. Aber natürlich wünsche ich mir auch als Privatperson, aber auch als Fußballspieler, dass sich gerade bei gewissen Themen kann man sich glaube ich schon sehr, sehr stark machen, aber bei gewissen Themen kann man sich auch, wenn man nicht informiert ist einfach, dann kannst du dich auch schon mal selber dir selber ans Bein schießen. Und deshalb ist das sehr, sehr schwierig. Und ich glaube deshalb schweigen so viele, um da mal Spieler vereinzelt so ein bisschen den Schutz zu nehmen. Aber ja, wie ich gerade erklärt habe, ist es schwierig. Aber gut, dass du das mal sagst. Also ich hatte noch nicht die Gelegenheit mit jemandem zu sprechen, der schon mal in der Position war. Deshalb ist es gut, die Position da zu hören und verstehe ich natürlich. Öffentlicher Druck ist natürlich. Aber dann kommen wir noch mal wieder zu was Schönerem am Fußball. Du hast ja in Dänemark auch Europa League dann gespielt. Auf jeden Fall. Ihr habt ja auch gegen Florenz gespielt. Hast du dann wirklich Mario Gomez verteidigt? Ja, Rückspiel habe ich komplett gegen ihn, eins gegen eins. Da war auch unser Trainer Mann Beckung. So nach dem Motto, wir haben schon mit der Viererkette gespielt. Aber ich bin halt sehr, sehr physisch und Mario ist ja auch sehr, sehr physisch. Ein Kreuz vom Herrn. Das ist Wahnsinn. Da macht er Bälle fest in der Luft, gibst ihm Ruck mit und er steht da trotzdem wie ein Stein. Aber gegen Mario war das schon geil im Rückspiel. Und er wurde auch ausgewechselt. Ja, das war für mich so ein bisschen so ein Ecklein. Was die Platte macht praktisch. Ja, also ich habe echt im Rückspiel gesagt, also komm, den nehme ich jetzt komplett versucht, ihn aus ins Spiel zu nehmen. Der war halt auch so ein Mittelpunkt in diesem Spiel. Ja. Wir haben da in dem Spiel mit sehr vielen langen Bällen agiert. Und meine Aufgabe war das, um so ein bisschen Mario aus ins Spiel zu nehmen, was mir bis auf eine Szene, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Und der Trainer ihn dann rausgenommen hat. Er war für mich dann nochmal so ein Zeitpunkt so ein schönes Gefühl. Hast du ein bisschen Trash Talk mit ihm auch gemacht? Nein, gar nicht. So bin ich nicht. Ich bin überhaupt gar nicht so. Also mich kann man dahin provozieren, dass ich mir dann auch irgendwann wehre. Aber Trash Talk geht von mir niemals aus. Bin ich nicht. Also meine Spieleweise ist sehr hart und körperlich. Aber ich rede eigentlich nicht viel. Ich freue mich auf, was meine Gegenspieler provoziert. Das ist aber auch gar nicht absichtlich so, dass ich meinen Gegenspiel damit provozieren möchte. Ich feiere das, wenn ich einen Zweikampf gewinne. Also ich freue mich darüber. Wenn ich einen richtigen Zweikampf gewinne oder einen Ball abgrätsche. Oder vor der Linie einen Ball rette. Dann feiere ich das für mich. Aber deswegen, weil ich Abwehrspieler bin, wie ich ein Tor geschossen habe. Ich glaube, du musst auf Deltesburg rein. Ach so. Oder wir fahren einmal rum und dann hältst rum. Ja, so können wir auch. Das finde ich gut. Über die Feldstraße. Aber kann sein, dass die Feldstraße wegen Dungen gesperrt ist. Aber wir gucken. Wir kommen schon ab. Sonst fahren wir dann hinten über Neustadt. Auf jeden Fall. Ich glaube, das provoziert sehr viele offensive Spieler. Weil ich feiere wirklich auch meine Mitspieler. Jedes Tackling. Und das empfinden viele offensive als ein bisschen Provokationen. Weil es gar nicht so gemeint ist. Guck mal, jetzt können wir es schon fast sehen. Ja. Den Bunker. Den Mellantor. Den Dom. Wie sind so deine Gefühle, wenn du am Mellantor vorbeikommst? Du wirst ja wahrscheinlich relativ oft hier auch irgendwo noch vorbeikommen. Ja. Ich fahre jeden Tag kaum vorbeikommen. Deshalb bin ich so. Boah. Okay. Ist es nicht mehr so, dass man sich so denkt? Ja. Ganz genau. Nein. Ich gehe ja nicht. Also wenn ich jetzt da hinten spielen müsste, wäre natürlich schon so ein bisschen wieder, oh kribbeln. Ja. Aber ich fahre jeden Tag darum vorbei. Ich kenne das Stadion. Und ich schaffe es halt beruflich bedingt, weil ich selber arbeite, aber auch selber Fußballspiele schaffe ich es einfach nicht mehr irgendwie Live-Spiele zu sehen oder auch im Stadion. Natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn der Verein Erfolg hat und fiebere mit, wenn es irgendwie mal in den unteren Regionen ist, dann denke ich aber alles halt mit einem gewissen Abstand. Ich bin nicht mehr so, also ich sag mal so, früher hatte ich noch einen Herzinfarkt bekommen und jetzt ist das so, scheiße, was ist da los? Ja, apropos Herzinfarkt, kannst du dich noch an dein erstes Profispiel erinnern? Ja, natürlich. Wie das war? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt? Da habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Da war ich auf der Bank. Ich weiß noch, da hatte ich noch keinen Profi-Vertrag. Ich habe gejobbt bei Snipes oder so, glaube ich damals noch. Aber ich habe mich natürlich darüber gefordert, wenn ich mal bei den Profis mittrainieren durfte. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo sich auf einmal alle Linksverteidiger verletzt haben. Und dann weiß ich, dass ich dann auf einmal, ja, Dave, du trainierst jetzt erstmal komplett mit. Und das erste Spiel war, so, ja, Dave, du bist im Kader. Da hat der Trainer gesagt, du bist erstmal im Kader, aber wir wechseln dich auf jeden Fall erstmal nicht ein. Da hatte ich auch erst, glaube ich, meine erste Woche komplett bei den Profis mittrainiert. Ich weiß gar nicht, ob ich gespielt dabei war. Da war ich gegen Fürth zu Hause auf der Bank. Und da war da schon so, da hat sich noch ein Linksverteidiger verletzt. Und dann hatten wir aber noch mit Philipp Trojan einen Linksfuß, der aber eigentlich ein Zehner ist. Okay. Der hat dann schon, der hat dann als Linksverteidiger gegen Fürth gespielt. Und dann war das nächste Spiel halt Oberhausen auswärts. Und dann habe ich unter der Woche, habe ich schon gesehen, da habe ich auch mal ein Leibchen bekommen, wo ich schon dachte, okay, cool. Vorfreude so, aber auch immer mit so, ja, Junge wissen wir nicht. Und eigentlich auch nicht meine Hauptposition. Und dann weiß ich noch, was wir in Oberhausen gespielt haben. Und ich auf der Bank saß. Und dann wieder, ich glaube, Ralf Gunisch, als Innenverteidiger, dann links gespielt. Ja. Philipp Trojan dann wieder vorne. Und dann hat sich Halt Gunisch, Philipp. Und dann war die Frage, hauen wir jetzt Philipp nach hinten wieder? Oder wechseln wir mich ein? Und ich dachte, ich saß wirklich auf der Bank und dachte, ja, Philipp ist wieder, ne? Ja. Da war ein Controller zu mir, also André Trojan. So, Warmlaufer. Und ich dachte, ja, ja, alles gut. Ich dachte, ja, erst mal schon aufgeregt. Und ich dachte, ja, okay, Warmlaufer heißt doch nichts. Ja, und dann irgendwann so, fehlt das Handzeichen. Und dann, hey, boah, eieieie. Und ich so, ich dann angefangen. Ich bin gerade selbst aufgegriffen. Ja, ja, genau. Und ich dann so ein bisschen schneller. Und dann kam, hey, nur noch Truller. Drei Sprints und dann musst du rein. Sagst du, was? Hey, wo sind deine Sachen? Und ich so, äh, Trikot schon an? Und natürlich so amateurhaft. Also ich hatte schon alles an, nur Trikot war auf der Bank. Ja. Ne, mein Trikot ist auf der Bank. Ja, zwei Minuten. Er ist ja gegangen. Und ich sag so, ach, gehen mir tausend Sachen durch den Kopf. Alter, keine Ahnung. Das war dann so. Und dann, die haben das natürlich, Truller, dass ich natürlich bemerke, Truller kannte mich sehr, sehr gut. Ich bin dann zur Bank hin. Und alle so, Dave, wir legen so schon 3-0 zurück. Wie lange 3-0, glaub ich, zurück, auswärts. Für mich war das sensationell. Weil diese, diese Last, die die vor mir genommen haben, war so, Dave, also, wenn du noch kannst und so. Also, ich war ja sehr, ich hatte einen guten Offensivdrang. Und mein so, wenn du noch kannst, ja, so, mach mal ein bisschen offensiv über die Seite, meinte noch Truller, nochmal ein bisschen Druck zu machen. Und das waren erst, glaub ich, 25 Minuten im Spiel gelang, halt 3-0 zurück. Zwei Verletzte. Und dann bin ich halt reingekommen und am Ende ging das Spiel 3-2 aus. Ich glaub, ich hab noch eine Vorlage gegeben und dann auch die Flanke zum Elfmeter. Ich hab da halt keinen Druck verspürt. Das war, das war eigentlich, also, natürlich war ich aufgeregt, als gesagt wurde, du kommst rein. Aber, als ich dann an der Bank stand, war dann nur noch, okay, gehen wir mal ein bisschen zurück. Du weißt ja, was du kannst. Genau, ich weiß, was ich kann. Und mir wurde halt noch komplett, ich glaub, wenn es 0-0 gewesen wäre, so. Und das wäre jetzt, ich glaub, ganz auf der Spur bleiben, wenn wir zum Mellantor fahren. Achso, ja. Ich glaub, wir drehen, weiß nicht, vielleicht über Reeperbahn zurück. Und dann durch dich dann auch. Ja. Und dann haben sie mir halt komplett den Druck genommen. Ich bin da wirklich rausgegangen und hab so ein bisschen gezockt. Aber die eigentliche Aufregung war dann das Spiel danach. Da hab ich mir fast in die Hose gemacht. Du hast von Anfang an da gespielt. Genau. Dann war das Kaiserslautern Heimspiel. Das erste Mal zu Hause. Ich hab ja noch kein Heimspiel. Bis dahin Familie, Freunde kommen zugucken. Montagabendspiel. 20 Uhr, 15 Uhr damals noch. Auf DSF. So. Alter. Das hab ich wahrscheinlich sogar geguckt. Das kann sein. Und wichtiges Spiel auch. Ja. Das ging dann da noch so ein bisschen mal auf Abschied. Wir haben ja gegen Abschied gespielt. Und dann Kaiserslautern richtig starke Mannschaft halt zu dem Zeitpunkt so. Ja. Aber wie gesagt, den ganzen Tag ging halt gar nichts. Nichts gegessen. Nur getrunken. Und alle so. Willst du nicht was essen? Ich weiß nicht. Das war so von sehr hoher Nervosität. Weil das war das erste Heimspiel. Aber lief dann letztendlich dann auch sehr gut. Wir haben das gewonnen. So richtig geile Choreo von den Fans. Das war so ein Hashtag mit meinem Namen. Boah echt jetzt. Das ist ein Traum. Ja. Davon hab ich sogar noch ein Foto. So. Da hat mein Bruder fotografiert. Irgendwie. Die meine Familie saß. Auf der Südkurve. Und auf der Haupttribüne damals. Das Stadion war damals noch nicht umgebaut. Also richtig. Noch richtig nah an den Fans. Haupttribüne war da so ein richtig großes weißes Schild. Mit Hashtag Dave blablabla. Einer von uns. So ne. Weil ich auch diverse Jugendstationen durchlebt hab. Das sind solche Sachen die einem unheimlich Kraft gegeben haben. Und ja. War ein gutes Spiel. Erstes Heimspiel. Und dann fing die Nervosität langsam langsam an. So ein bisschen zu verfliegen. Ja. Ich verstehe. Aber war. Ja. War sensationell. Glaube ich. So. Pass auf. Wir haben jetzt noch eine Sache. Die wir vorhaben. Ja. Und zwar habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Für das Quiz gibt es aber noch keine. Also es geht so ein bisschen um dich und deine Karriere. Okay. Und ich würde das dann mit den nachfolgenden Gästen auch machen. Und dann gucken wir so wer wie abschneidet. Okay. Wer sich am besten über sich selbst auskennt. Oh Gott. Es gibt aber irgendwie noch. Ich habe mir jetzt noch keinen Namen überlegt fürs Format. Ich weiß es nicht. Das äh. Wollen wir ein Format noch überlegen? Starcar. Was weiß ich. Quiz. Quiz. Aber Quiz. Aber Quiz. Quiz Your History ist gut. Ist geil. Ja. Das heißt jetzt Quiz Your History. Pass auf. Hier sind die Fragen drin. Ja. Können wir gerne machen. So. Du darfst jetzt hier nicht gucken. Ich habe mir die Fragen alle aufgeschrieben. Weil ich mir die nicht merken kann. Es ist ein Zettel. Also ich gucke nicht auf mein Handy. Was Statistiken angeht. Also wahrscheinlich wäre ich fest. Obwohl. Also es ist so gestaltet, dass die Fragen. Es sind zehn Fragen. Okay. Und die erste ist noch sehr leicht. Und die zehnte ist dann sehr schwer. Also die werden immer schwieriger. Okay. Okay. Also erste Frage. Quiz Your History. Quiz Your History. Erste Frage ist. Wie oft wurdest du in deiner Karriere bisher auf den Platz gestellt? Noch nie. Das ist richtig. Und das finde ich bemerkenswert. Weil du hast ja gesagt. Du lässt dich nicht provozieren. Nein. Aber du hast eine körperliche Spielweise. Nein. Ich spiele sehr sehr fair. Es ist ja schon krass. Ich spiele sehr sehr fair. Also ich würde nie jemanden absichtlich wehtun wollen. Nie jemanden absichtlich faulen. Ich reg mich auch schnell auf dem Platz auf. Aber auch wenn jemand einen meiner Mitspieler foult und dann so zu dir war doch nichts. Und den noch anders. Das finde ich auch so krass. Dann sage ich so. Ey, geh hin, entschuldige dich. Oder hau ihn kurz hier auf die Schulter. Ein bisschen antippen und so. Wie gesagt, das wurde mir als Profi aber auch immer angelastet, dass ich zu fair bin. So, zweite Frage. Wie viele Hamburger Mannschaften spielt aktuell in der Regionalliga Norden? Boah, darf ich mit der Medien abzählen? Du kannst die auch aufzählen. Ja, klar. Also Altona, wir, HSV, St. Pauli. Lass mich kurz überlegen. Ja, Norderstedt. Sorry, Norderstedt. Eigentlich schieß ich mit Holstein. Aber ihr gehört leider noch ein Jahr dazu. Ja, ich habe noch ein bisschen Wehmut. Ja, Wehmut vom Pokalfinale. Daher Norderstedt, ja. Okay, ist richtig, ist richtig. Ich hätte jetzt vier und fünf gelten lassen, solange du das Norderstedt-Thema ansprichst. Aber ist richtig. Okay, zwei von zwei. Dritte Frage. Dein Jugendverein, VW Billstedt. Wo spielen die aktuell? In welcher Liga? Die erste Herren. Oh, ich meine Landesliga. In der Landesliga. Weil ich verfolge das immer noch. Warum ich auch so gut bescheid weiß. Der ist einer meiner besten Freunde, mit denen ich auch in der Jugend zusammen gespielt habe. Michi Meier. Der hat auch bei Tortuna gespielt. Bei Pentes. Der war ja auch so eine Art spielender Co-Trainer bei denen. Und ich weiß, dass sie eigentlich noch, ich war jetzt durch Corona ein bisschen irritiert, aber eigentlich weiß ich über den Verein immer sehr gut Bescheid. War ich nicht sicher, ob sie jetzt irgendwie klasse gehalten, abgestiegen ist. Das ist richtig. Aber Landesliga, ne? Sehr stark. Ja, okay. Drei von drei, glaube ich. Boah, das kommt wobei. Vierte Frage. Du hast gegen zwei Vereine in der zweiten Bundesliga, in zwei Vereine zweimal gespielt. In deiner Zeit. Gräuter Fürth auf jeden Fall, glaube ich. Oder? Nein, Fürth nicht. Das ist doch ein Power Tour. Du kannst am Ende einfach einloggen, wenn du sicher bist. Okay, warte. Warte, ich muss überlegen. Wie habe ich denn gespielt? Boah. Ich kann dir als Tipp geben, über den einen Verein haben wir vorhin schon gesprochen. Über den Verein haben wir schon gesprochen? Echt? Du hast keine Sautern zweimal gespielt? Habe ich? Mhm. Ja, das gebe ich dir jetzt mal als kleinen Tipp. Also dann habe ich keine Sautern zweimal gespielt. Also mein erstes Spiel? Ne, du hast recht. Da habe ich keine Sautern zweimal gespielt. Und der andere Verein? Ich glaube, Mainz, ey. Mainz ist eingeloggt? Ja. Jetzt wäre es der FSV Frankfurt gewesen. Stimmt, ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Aber nicht in der selben Saison. Das kann sein. Nicht in der selben Saison. Okay, fünfte Frage. Mit welchen Mitspielern standest du am häufigsten zusammen? Alle Teams. Martin Braithwaite? Nein. Nein? Dann kriegst du noch einen zweiten Schock. Das ist wirklich eine schwere Frage. Das ist sehr, sehr schwach. Das muss aber mit jemandem den Aspect gewesen sein. Warte mal. Aber ich glaube, Irma Shishmanouki bin ich sicher. Das ist eine Frage, Herr Sauti. Matthias Hinsmann ist das gewesen. Ja, aber das ist ja… Boah, Alter. Ja, das war unser damaliger Kapitän. Und ich hab ja schon mit 17, 18, hab ich ja schon in der U23 gespielt teilweise. Und da war Matthias der Kapitän nämlich von der U23. Und deswegen, ich hab ja mal… Boah. Aber deswegen hab ich gefragt. Ah, hast recht. Matthias Hinsmann, Roman Prokop, dann nennen wir ihn. Denn wir werden ja ganz, ganz andere Spieler eine Frage bekommen. Okay, ich überleg mir, für welche Frage du dann zwei Punkte bekommen könntest. Okay. Also die sechste Frage ist, gegen wen hast du dein erstes Tor erzielt für Teutonia? Concordia. Okay, ist richtig. Weißt du schon, abpraller. Dann machen wir jetzt eine Special-Frage, für die du dann den Punkt wieder gut machen kannst. Ja. Gegen wen hast du dein zweites Tor gemacht für Teutonia? Oh mein Gott. Das war auch nur ein Spieltag danach. Weil ich hatte so eine Serie, wo ich drei Tore gemacht hab. Wo ich dachte, ey, Trainer, Sören, Stürmer, oder? Also das kann ich dir, glaube ich, sagen. Das dürfte nicht der Fall gewesen sein. Echt? Es kann sein, dass diese Serie nach deinem zweiten Tor war. Okay. Du bist wie über die Apfel fangen hast du zweit. Ja. Du gewinnst. Errate ich niemals. Auch Cordy. Auch Cordy? Ja. Boah. Aber da hab ich doch die Punkte. Cordy! Ey! Ja, ja. Da können wir am Ende nochmal drüber diskutieren. Ich hab Cordy gesagt. Leute, ihr entscheidet. Die erste Frage, ja genau. Ihr könnt es gerne entscheiden. Okay. Siebte Frage. Wer ist der Rekordmeister? Es wird schon knipplich. Rekordmeister der Oberliga-Handlung. Man möchte meinen, dass ich Dassendorff, weil die einmal so eine Serie gestartet haben. Aber Dassendorff ist auch nicht so lange in der Oberliga. Also geschichtlich betrachtet sein. Daher, das muss ja eng ein Verdrückung zu mir haben. Sag ich einfach mal das Vorredswacker. Weiß ich. Weil ich jetzt nicht weiß. Ne. Wer ist es? Es ist... Es ist... Oder Steffi? Krass. Ja, die Connection zu dir war jetzt eher die Liga. Ja. Okay, aber war schon knipplich. Okay, ich merke aber, die Fragen werden möglichst schwerer. Okay, jetzt wird's wirklich... Jetzt wird's Harakiri, ne? Jetzt wird's tough. Vielleicht überlege ich mir noch, wenn du gleich nah dran liegst, weil das sind jetzt zwei Fragen, da kann man eventuell auch schätzen. Okay. Ob ich dir den Bonuspunkt auch noch rede. Frage 9. Was war das Datum? An dem du dein erstes Spiel gemacht hast. Für den FC Dank. Profi-Bereich. Als du eingewechselt wurdest. Nah dran liegen reicht's? Ich glaube, das war Februar 2009. Das ist stark. Das reicht tatsächlich. Ja. Das ist richtig. Und dafür kriegst du jetzt auch. Komm dafür. Ja. Welcher Februar war das? Ich glaube, 29. Ja. Ne, stimmt nicht. 13. 13. Das war kurz nach dem... Das war kurz nach dem... Das ist Transferperiode Auslauf. Weiß ich noch. Okay. Dann die letzte Frage. In der Liste der Rekordspieler von Turtonia. Auf welchem Platz stehst du da? Rekordspieler, was die Einsätze angeht, ne? Ja. Also Semir ist schon sehr lange dabei. Aber Semir hat in den letzten Jahren nicht so viel gespielt. Dino ist genauso lange dabei wie ich. Aber er ist noch hinter mir. Weil Dino war öfters verletzt. Boah, ich weiß. E-Ton war jetzt auch noch nicht so lange. Also ich muss schon auf 2 oder 1 stehen. Also ich meine der Rekordspieler in der Vereinshistorie. In der Vereinshistorie? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Auch mit 6 Liga. Alles mögliche. Ja, ich glaube ab der Oberliga werden die Spiele gezählt. Ab der Oberliga? Ja. Ja, da muss ich nochmal überlegen. Vorspieler, Oberliga. Wer waren in den letzten Jahren auch noch? An Michi waren alle da. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal. Ich habe mich ehrlich gesagt. Das sind wieder Statistiken. Damit beschäftige ich mich gar nicht. Ja, ja. Das ist schon so. Aber ich sag mal so. Ich bin Nummer 3. Das war knapp. Es war knapp. Ne, es ist Platz 5. Es ist Platz 5. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, welche Spieler das sind. Die können wir aber hier irgendwo einblenden. Ja, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gute Quote. Ich hätte vielleicht eine schlechte Auswahl. Ja. Ich bin nochmal gespannt, wie es dann mit den nächsten Gästen ist. Also ich werde schon versuchen, die Fragen immer in so eine ähnliche Richtung zu bringen. Ja, bitte. Dass es auch vergleichbar ist. Aber die nächsten haben voll den Vorteil. Die werden jetzt sich vorher voll abinformieren. Ja, ja. Wie viele Spiele habe ich? Da überlege ich mir was. Da überlege ich mir was. Die gleichen Fragen werden es auf jeden Fall gestellt. Ah, okay. Gut. Guck mal, jetzt sitzen wir hier in so einem gesponserten Auto. Wo bekomme ich ihn eigentlich jetzt nach der? Wenn du 10 von 10 gehabt hättest, dann hättest du ihn gekriegt. Ja, das hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Dann hätte ich mein Handy rausgeholt. So auf Spick und so. Also ich bin wirklich in einer, also für mich ist sowas immer krass mit solchen Autos rumzufahren. Weil ich wirklich in einer komplett anderen Karre mit den Straßen sozialisiert worden bin. Also ich liebe solche Autos, aber ich fahre momentan Smart. Aber Smart für die Stadt finde ich absolut genial. Mega, mega. Ich finde es richtig gut. Also mein erstes Auto war von meiner Oma, bin ich den immer gefahren. Daihatsu, Daihatsu Cuore, wenn du den kennst, ist wirklich eine Parodie von einem Auto. Absolut lächerlich. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto, man höre und sage, war ein Renault Clio. Rot, wirklich Wein, nicht Weinrot, sondern so ein romantisches Rot. Also du konntest mich nicht übersehen. Aber wie gesagt, als junger Spieler, ich glaube ich war 17, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und in 18 habe ich mein erstes Auto geholt. Und ich weiß noch, ich kam immer da an, beim Training, neben den ganzen BMWs, die da waren. Und dann war immer dieser kleiner Renault Clio, Hauptsache Automatik und Sitzheizung, das war mir wichtig. Weil in Hamburg ab und zu schalten war mir damals so ein bisschen zu nervig. Ja, Renault Clio und Timo Schulze, ich weiß noch. Meine Freundin ist jetzt ein bisschen weg, wenn sie damit nicht weiter ist. Wir waren ja alle mal jung. Ich hatte irgendwann mal ein Date und Timo hat das halt mitbekommen. Deshalb so ein bisschen die Verbindung und war so ein cooler Typ auch eigentlich. Und ich finde ihn auch als Mensch überragend. Und er hat das mitbekommen und ich war schon so, jetzt fahre ich mit einem Renault Clio zum Date. Als junger Typ, mittlerweile wäre mir das völlig egal. Aber als junger Typ macht man sich halt über die unnötigsten Sachen Gedanken. Und ich hoffe, die lacht mir nicht aus wie bei einem roten Blitzer da und so. Ja, letztendlich fand ich das im Nachhinein eigentlich ganz geil. Die mochte das auch so. Aber Timo kam dann und meinte so, hey, seine Frau hat noch ein Auto. Die holt ihn auch ab. Und er hatte damals einen Z4 gegen BMW. Ja. Und dann meinte sie, hier, nimm. Sagst du, wie? Ja, doch, nehm ich dir. Du hast ein Date. Dann kannst du sie ein bisschen nennen. Ja, die ist so anbeliegend praktisch. Ja, aber sag ihr nicht, dass es sein Auto ist. Sondern sie soll dich schon dafür mögen, für wer du bist. Ja. Ich weiß halt sowas unheimlich zu schätzen. Meine Mutter hat mich oder uns so erzogen, dass man die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen sollte. Und ich fand das halt überragend, dass sie mir das ein Auto gegeben hat. Also, ich bin sogar im Nachhinein nicht mit dem Auto zum Date. Ich bin mit der Bahn, weil auch seine Worte klangen mir noch im Ohr drinnen. Ich hab sie gesagt, nee, dann sollte ich mit der Bahn. Wenn sie mich für mein Auto mag, dann ist das die Falsche, so nach dem Motto. Packst du den hier links zu fahren? Genau, ich muss da vorne hin. Du kannst einfach da vorne so halten. Nee, also ich bin dann, ich hab mit meinen Freunden ein bisschen angegeben. Bei meinen Jungs bin ich dann halt Musik aufgedreht. Hab dann angegeben, aber ich bin tatsächlich zum Ding mit der Bahn gefahren. Aber fand die Geste halt, ne, ich erinnere mich da noch. Ich weiß nicht, ob Timo sich daran noch erinnert. Ich fand die Geste halt überragend. Du kannst eigentlich hier vorne stehen. Ja, genau. Und deshalb, nee, mein erstes Auto war dieser kleine Flitzer. Ach, ey. Mir war das, also am Anfang war es mir noch peinlich. Aber irgendwann war das halt mega sympathisch. Ich bin halt auch zum Spiel. Sie haben ja immer vorm Millern-Tor gewonnen. Ich muss mir vorstellen, mein erstes Heimspiel. Und wie soll ich das sagen, die Ordner wollten mich erstmal nicht durchlassen. Weil die, die nicht geglaubt haben, dass du hier spielst? Das ist halt im Trainingsabzug, weil sie kannten das halt nicht an deinem Spiel. Also man kann halt immer am Millern-Tor parken. Aber am Spieltag ist das halt nur für Spieler. Wie? Ja, Spieler. Und ich hatte auch so mega... Ja, Spieler. Ja, Spieler. Nummer 32. So. Und dann sagst du auch nach. Und dann guckst du was? Ja. Achso, okay. Ja, okay. Aber wie gesagt, Renault Clio. Rot. Ich glaub, oh ja, 1999 oder so. War auf jeden Fall stark. Ich glaub, mit deinem Auto vergleichbar. Ja, definitiv. Meins war aber Fliederfarben. Wie so ein Rosé-iPhone sah das aus. Ich hab dir das noch mal einen Tick schlimmer anders als, glaub ich, Rot im Bein. Ja, das war richtig peinlich. Aber es übt einen echt in dem Buch. Also jetzt denk ich über in jedem anderen Auto, in dem ich sitze. Hammer, Alter. Geil. Hammer geil. Man kann sich nur noch irgendwie steigern. Aber es war doch eine schöne Anekdote zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Runde. Danke, dass du mich auch als extremst guter Beifahrer zu einem noch besseren Fahrer gemacht hast, als ich eh schon bin. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War auf jeden Fall ein sehr cooles Format. Ich hoffe, dass wir Erfolg haben. Leute, unterstützt das. Sehr, sehr geil. Danke, dass ich dann der Erste sein durfte. Mega. Ja, ein würdiger erster Gast. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Arbeitsplatz. Danke, danke. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.